Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es ein neues Highlight-Video und zwar von der Solo-Height-Night, die ich gestern am Freitag gespielt habe. In dem Turnier habe ich es ganz knapp geschafft, in die oberen 5% zu kommen. Ich glaube, ein Punkt weniger und ich hätte es nicht geschafft. Damit bin ich jetzt auch wieder punktgenau auf 6.500 Punkten. Ich denke mal, ich werde, wenn dieses Video online ist, auch wieder auf Twitch streamen. Wir werden vielleicht ein paar Videos schneiden, da ich nächste Woche ja ein bisschen im Urlaub bin, Mittwoch bis Sonntag, und dafür noch ein paar Videos vorproduziert werden müssen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und natürlich auch den Kanal hier abonnieren. Und ich habe wirklich in dem Turnier extrem gemerkt, wie gut mein AIM mittlerweile ist und das Ganze wirklich zum Großteil durch die AIM-App, die ich ja auch gestern im Video vorgestellt habe. Wenn ihr es noch nicht ausgecheckt habt, ich denke, ich werde es in der Infobox verlinken und ich wünsche jetzt viel Spaß. Ich werde es in der Infobox verlinken. Ich werde es in der Infobox verlinken. Ich werde es in der Infobox verlinken. Es war so klar, ne? What? Ah schade, dass ich den ich getrapped hab Ich bin tot Ich bin ja so viel besser als der Easy Okay. Okay. Meine Pumpgun. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. 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 Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wer geht ins Boot? Real talk, man, Alter. Ja. 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 Ah, schade. Eigenlob hilft einem nur, selbst sowas dazu werden. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Und so schnell kann sich das Blatt dann auch wieder wenden. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Der Gegner hat den Kill abgestaubt. Ach, schade. Und Jusis aimt am Start. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade.